Dein Vintage Schulranzen, dein praktischer Ergo-Bag, deine regenfeste Fahrradtasche. Egal womit du deine Sachen an die Uni schleppst. Nebst Laptop und Büchern trägst du deine ganze Bildung und Erziehung mit dir. Im Studiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Bern setzt du dich mit Bildung und Erziehung wissenschaftlich auseinander. Du lernst, dank umfassender Ausbildung in Theorien und Methoden über deine eigene Erziehung und deine Bildungsbiografie hinauszusehen und zu denken, systematische Analysen, spannende Experimente und gross angelegte Bevölkerungsumfragen durchzuführen. Du gehst gesellschaftlich relevante Fragen an wie Wo bestehen heute noch soziale Ungleichheiten im Bildungssystem? Wie haben sich Erziehung und Unterricht über die Zeit verändert? Wie können Lernprozesse im Schulunterricht professionell gestaltet, begleitet und unterstützt werden? Wie kann der heutige Stellenwert von Bildung und Erziehung erklärt werden? Diese Fragen verlangen nach wissenschaftlich fundierten Antworten, die du mitgestalten kannst. Dabei werden deine Finger nicht nur über die glatte Tastatur des Laptops gleiten, sondern auch etwas dreckig werden. Praxiserfahrung sammeln bei laufenden Forschungsprojekten ist zentral. In diesem Studium wirst du eng begleitet und gehst nicht anonym in der Masse unter. Dozierende unterstützen dich gezielt. Und weil das Ergründen von Erziehung und Bildung einiges abverlangt, bietet das Institut für Erziehungswissenschaft auf dem von Rollgelände ideale Studienmöglichkeiten mit modernster Infrastruktur, um dich in deinen Lernprozessen optimal zu fördern. Ob du nachher im Schul- oder Jugendbereich, in der Bildungsadministration oder weiter in der Forschung tätig sein wirst, dein Rucksack wird auf jeden Fall für das Arbeitsleben reich gefüllt sein. Also komm ans Institut für Erziehungswissenschaft, packe Wissen und Bildung in deinen Rucksack und vergiss nicht, den Aarebag mitzubringen.